Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Hyrule Warriors Zeit der Verehrung Wir sind immer noch dabei Ähm Hier Äh Varud Dania zu ähm Ja Zu retten, wie auch immer man es nennen möchte Und Aber du lebst noch Jetzt nicht mehr Ähm Gut, die erste habe ich noch vormittags abgedreht und die Zweite drehe ich jetzt ab Umgegen 20.19 Denn es gab lecker Weihnachtsessen Musste ich nicht Oder, ja, wollte aufhören Also eigentlich musste ich aufhören Och lecker Ente gab es Mh So Dann wird ihr mal Ihr braucht aber auch bloß zwei Schläger Aber Ich würde echt mal interessieren ob die Irgendwie Besonders An Stärkheitsding sind Was war mein Ei? Ein Mini Wächter So Du lebst ja auch noch leider Findet Du Ach doch Es ist ja Wieviel An Stärkheitsding Oh mein Rot Die Formoblins, oder allgemeine Moblins Die sind sowas von nervig zu töten. Weil die ja gefühlt übelst viel einstecken. In Zelda BOTW war das ja noch übelst anders, weil ich meine, dort konntest du die... Also die haben dir keinen Schaden gemacht. Die waren so schlecht, die haben so doof programmiert. Muss ich einfach mal so sagen. Ähm, ach man. Du, das wird dich bauen, du Meier. Ähm, die waren so scheiße programmiert, wenn die keine Lanze hatten, sondern nur Schwert, haben die dich, egal mit was für Angriff, nicht getroffen. Also ich wurde nur kaum getroffen von dem, nur weil ich mich echt blöd angestellt habe. Und ich sehe gerade, wie das die auch mal leckt, so ein klein wenig. Ja, das ist ja gar nicht. Na, deswegen. Ding. Oder? Okay, ähm, ja. Da war das falsche Format ausgewählt. Och, das lädt aber auch hier übelts Ende hin. Game Office in Gronia. Schau, dass alles zugestellt ist hier. Boah, das lädt ja übelts in Gronia. Gronid. Oh. So. So. Okay, das ist natürlich etwas fies was die gemacht haben. Oh. Aber viel Schaden machen die irgendwie nicht. Oh. 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 Ist da keiner in die Lava reingeflogen? Das sagt gerade echt so aus. Oh. Fuck. Ich war ein bisschen überstauert gerade glaube ich. Ich verstehe nicht was sie komisch machen. Sollen. Oder machen. Oh. 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 Du bist gleich tot. Heuer morgen. Ein Mensch, das ist sehr nett. Was? Oh. 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 Oder Gesichter auf dem Schlagfeld. Aber Link metzelt sich schon fleißig durch. Jo. Oh nein. Ähm, hat er gerade... Perfekt. Ah, hier ist die Südmine, da oben. Oh, lass mich hier los. Und euch wollte ich schon immer mal besiegen hier. Bloß, das Ding ist einfach... Ja. Ja. Ja, war immer sehr scheiße und frech zu mir. Und hier hoch muss ich ja noch gar nicht. Oh nein. Ach, lass mich durch. Oh nein. Oh, das wird jetzt übel spannend. Gegen einen Magma-Rock oder sogar einen Mega-Magma-Rock. Oh fuck. Es ist nur ein Magma-Rock. Oh, wow. Okay, werden wir probieren. Irgendwie auf den... Gut, hat mir aber gar nichts gebracht. Ey, ich hab mich in Ruhe. Wie kommt man irgendwie... Ach so, jetzt... Ja, aber... Könnt ihr natürlich jetzt. Er holt hier sofort neue Ärmchen. Ich muss mal echt... Mal gucken. Einstellungen. Kamera anfängt... Neigung, ich stelle ein. Ne, Gehleisner. Ach, ich weiß echt nicht, wie ich dann... Ach, ich weiß nicht, wie ich dann... Okay. Okay. Jedenfalls ist der Magma-Rock sehr heiß. Warum wird das... Warum? Warum wird das... Das ist mir der Kampf... Also, ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, wie diese Kamera sich so rum im Stuck tut. Oh, Alter, hab ich den Katzen so wenig abgezogen gerade. So, jetzt will ich die ganze Scheiß-Bewingungstange ausmachen. So, Schmetterangriff ist er im Stott. Oh, naja. Gut, ich denke, dass es mit Bewegungssteuerung deutlich schwerer ist. Ähm, oh, fuck. Oh, keine Ahnung. Oh, ok. Oh, naja. Oh. 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 aber das knöpfe drücken dadurch zu sehr obwohl man jetzt einfach bloß und tot doch gerade link hat irgendwie verkackt aber er hat es geschafft was nur so wenig okay an der jetzt auch tut ach du scheiße ich muss mir jetzt also irgendwie schnell bei und ja 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 okay Du lässt mir bitte leben. Oh, jetzt leckt sie aber richtig. Okay, da ist sie spawned. Boah, Alter. Mann. Du hast still zu schweigen. Aber ich komme schneller zum Zug als du. Und ziehe dir so viel schöne Leben ab. Boah, der Link hast du ja schön zerlegt. Boah, am lag das aber hier so brutal. Und vor allem, wieso laden hier teilweise. Das Crocs. Das glaube ich, das heißt... Oh, das ist ja übelst brutal. Das Spiel legt ja übelst heftig. Oh, da ist ein Crocblume. Und da war so ein Rubinvieh. Wovon du Geld kriegst. Boah, total verzogen. Okay. Schade, das ist echt zu leck, das Spiel. Ihr habt mir nicht weh zu tun. Okay, ich bin jetzt hier. Oh. Okay, dann schnell vorrücken. Was wollten ihr von mir? Ich habe mich überhaupt nicht übernommen. Was soll das? Okay. Jetzt habe ich beide Fireball-Brands irgendwie besiegen können. Okay. Okay, wir nehmen erstmal einen, einen Secken vor. Okay. Ähm... Ja, tot. Okay. Oh... Oh... Und tot! In BOTW hat das ja Junubo gemacht mit der Brügge von der Eldin. Okay. 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 Oh... Okay. 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 Oh... Okay, ähm, ja, wird doch ein schöner langer Part. Ja, ruhig helfen wir mal, wenn wir bei der... Ich freue mich, ob denn der Schneider tot geht. Und... vernichtet! Und ein Apfel ist wieder da. Was? Noch einer. Oh, zwei Marken Morrocks. Dann nur... Preis für Pramagus erledigen. Ich kann jetzt nichts machen, das tut mir leid. Droh den Niederlage. Hier ist doch nichts, was habt ihr denn hier? Okay, da holen wir mal. Wieso hat er Status angewendet? Abonnest. Man hat O.g. Nahмmit, wir haben ihn ja Kale hatte. Dr. Gute. Das war WEG. Der sich zu, was hat hella. Ich tein coat. Das ist das hier. Der sich ist wirklich mir bir... Ja, aber darüber ist schon ordentlich der Brocken. Ja, der Haufen ist ja noch eine verkohlte Asche hier oben. Boah, das Spiel laggt. Und Erfolg. Und Erfolg. Erfolg. Also, ja, haben wir geschafft, Bro. Kampfdauer eine Dreiviertelstunde. Okay, das soll es aber auch mit diesem Part gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen, lasst da gerne nach oben da ein Abo, ein Kommentar. Tipps wie immer unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Oh, immer wieder ein prächtiger Anblick. Du meinst einfach drauf los? Na gut, auf geht's.